Moin moin zusammen und damit willkommen zu einem weiteren Blender 2.8 Tutorial Video. Ich hatte auf Twitter diese süße kleine Katze hier gepostet und die kam ziemlich gut an, weswegen ich dachte, ich zeige euch mal den Arbeitsablauf, wie das Ganze funktioniert, also wie ihr 3D-Toon-Charaktere in Blender erstellen könnt. Das Besondere daran ist, dass wir ein 2D-Image als Referenz dafür nehmen und das Ganze später über Texture-Painting selbst bemalen. Falls euch also schon immer interessiert habt, wie ihr 3D-Toon-Charaktere in Blender erstellen könnt, dann bleibt unbedingt dran, los geht's nach dem Intro. Um zu starten, benötige ich natürlich erstmal ein Referenz-Image, welches ich hier schon bereits in Blender 2.8 reingezogen habe. Ich habe jetzt hier so eine süße Katze hier genommen, die habe ich bei Google Bilder gefunden. Guck da einfach mal nach so Cartoon-Charakteren. Das werde ich mir jetzt hier mal ein bisschen mittig einfach machen. Wir werden die Alpha runtersetzen und ändern uns hier jetzt einen Cube, den wir dann einfach so ein bisschen in Ausrichtung bringen, einen Loop-Cut in der Mitte machen, dann einmal die linke Seite löschen, um einen Mirror-Modifier hier zu applyen. Dann können wir nämlich nur eine Seite bearbeiten, beziehungsweise müssen uns nur um eine Seite kümmern und das Ganze wird direkt gespiegelt. Jetzt müsst ihr, wie ihr das vielleicht schon kennt von Blueprint-Modeling, das Ganze einfach erstmal ein bisschen in Form bringen, ein paar Mal extruden. Ich habe das ein bisschen genauer erklärt in meinem Tier-Tutorial. Wenn nicht, guckt euch das mal an. Aber fürs Erste versucht jetzt erstmal die grobe Form dieses Charakters, je nachdem welchen Charakter ihr natürlich habt, hinzubekommen, euch das Ganze hier immer zu extruden, so ein bisschen in Form zu bringen. Ich mache jetzt erstmal hier den Körper, dann können wir hier oben bereits anfangen, den Kopf zu machen. Dafür machen wir nochmal einen Loop-Cut hier rein, den wir nochmal so ein bisschen an die Beine ausrichten. Können die Beine hier direkt auch raus extruden und uns das Ganze ein Stückchen in Form bringen. Ich sehe gerade, das gemalte Bild ist jetzt nicht ganz symmetrisch, aber das sollte trotzdem klappen. Jetzt bringen wir hier den Körper nochmal ein bisschen in Form, dass wir hier ein paar weniger Faces haben und fangen dann einfach an, hier den Kopf so die grobe Form raus zu extruden. Einfach immer alles bewegen mit der Taste G und dann einmal raus extruden, bis ihr dann fertig seid mit dem groben Layout eures Charakters, weil ihr das später definitiv noch bearbeiten werdet. Und, beziehungsweise werden wir für diesen Charakter, weil das ja so ein Cartoon-Charakter ist, noch einen Modifier gleich anwenden, der alles sowieso noch schöner gestalten wird. Aber vorerst bringt, wie gesagt, euer grobes Layout jetzt erstmal hier zu Ende. Bewegt euch alles in Ausrichtung. Wenn wir uns den Mesh hier jetzt mal so angucken, sieht er noch ziemlich blöd aus. Das ändern wir aber gleich. Jetzt werden wir noch ganz schnell die Ohren hier raus extruden mit der Taste E. Okay, scalen das rein, bewegen das rein, schön spitz, nicht zu viele Vertices. So sieht das schon gut aus. Dann können wir wieder in den Solid Mode mal wechseln. Und hier werden wir einfach dieselbe Methode anwenden, die wir schon im Tier-Tutorial angewendet haben, indem wir uns einfach ein paar Edges schnappen und das Ganze so ein bisschen abrunden, indem wir das einfach auf der Y-Achse bewegen oder mal auf der X-Achse so ein Stückchen nach innen rein. Falls ihr das Tier-Tutorial verpasst habt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Das verlinke ich euch da mal. Dann könnt ihr euch das da mal angucken. Und da erkläre ich ein bisschen mehr und mache das Ganze jetzt nicht so im Schnelldurchlauf wie bei diesem Charakter hier. Aber im Großen und Ganzen machen wir halt wirklich nichts anderes, als den Mesh jetzt abzurunden auf allen Seiten, also an den Ecken und Kanten, dass es halt wirklich nicht mehr so flat bzw. eckig aussieht. Und mehr müsst ihr eigentlich nicht machen, dass das Ganze dann auch gleich schön aussieht. Denn gleich klatschen wir, wie gesagt, den Modifier drauf. Vorerst ziehen wir uns das Referenz-Image hier noch so ein Stückchen raus und dann werden wir hier für den Cartoon-Look einfach einen Subdivision-Surface-Modifier benutzen. Jetzt ist unser Mesh natürlich immer noch flat geschadet. Das müssen wir ändern, indem wir einfach mal die Suchbar hier öffnen mit der F3 oder Leertaste in meinem Fall und googeln hier, googeln, suchen hier einfach mal nach Shade Smooth. Und den wenden wir an und schon ist unser Mesh schon im Cartoon-Look und gesmoost. Wer möchte, kann natürlich, wie ich jetzt hier gerade, schon den Mesh etwas überarbeiten, dass das Ganze auch hinhaut. Und natürlich müssen wir hier unten auch noch die Füße ein bisschen reinbringen, sehe ich gerade. Deswegen scannen wir das hier auch nochmal. Einfach ein Stückchen hier rein. Einfach so ein bisschen anspitzen. Das Tolle am Subdivision-Surface-Modifier ist wirklich, dass man hier auch so ein bisschen schludern kann. Das verzeiht einem Blender dann auf jeden Fall im Gegensatz zum Flat-Shading. Das Letzte, was wir jetzt nur noch machen müssen, sind natürlich die Arme. Dazu bringen wir uns einfach hier nochmal ein neues Face rein, indem wir das Ganze extrude mit der Taste E ein bisschen reinscalen und dann das Ganze einfach bloß rausbewegen, so wie ich jetzt hier ungefähr. Dann müssen wir uns das natürlich noch ein bisschen in Position bringen, dass uns die Arme gefallen. Ich habe jetzt auch bewusst die Arme links und rechts halt nach außen gemacht und nicht wie auf unserem Referenz-Image hier so in der Mitte, so am Körper. Denn das hätte nicht so schön ausgesehen, beziehungsweise wenn wir noch mehr machen wollen mit dem Mesh, ist eine T-Pose, also mit mehr meine ich animieren, ist natürlich eine T-Pose viel, viel besser, als wenn wir ihn jetzt so modellieren, denn dann haben wir einfach wirklich keine Möglichkeiten mehr, irgendwas größtenteils damit zu machen. Ich werde das Ganze jetzt hier einfach noch ein bisschen reinscalen. Ich tue mich hier gerade etwas schwer mit den Armen, die wollen nicht so, wie ich das möchte hier bei diesem Charakter. Deswegen bringe ich mir nochmal einen Loop-Cut hier rein und bewege mir das Ganze auch nochmal ein Stückchen runter hier. Spielt da halt, wie gesagt, so lange dann rum, bis es euch gefällt. Wenn nicht, pausiert einmal ganz kurz das Video. Wir gehen jetzt aber erstmal in UV-Editing hier oben rein, legen uns eine neue Texture an und werden einfach den ganzen Mesh mit der Taste A auswählen und U unwrappen, um das Ganze jetzt hier auf der Texture zu haben. Viel mehr werden wir jetzt hier größtenteils auch nicht machen, also wir werden jetzt keine Themes oder sonstiges setzen, denn wir werden das gleich innerhalb von Blender selbst bemalen, beziehungsweise bepinseln. Dazu müssen wir einfach nur in den Texture Paint Tab hier oben gehen und schon können wir hier eigentlich losmalen, indem wir einfach immer die Farben von unserem Referenz-Image hier uns unten rechts auswählen, beziehungsweise so picken und jetzt werden wir erstmal mit dem Brush-Tool erstmal die Grundfarbe hier legen, die wir uns hier eben ausgewählt haben. Einfach immer bepinseln mit dem Brush-Tool. Ihr könnt dieses Tool auch mit der Taste F kleiner und größer machen. Da seht ihr hier so einen Kreis, den könnt ihr, wie gesagt, klein und groß machen, wie es beim Circus Select schon ist, mit der Taste C, falls ihr das kennt. Und ja, wenn wir jetzt erstmal unsere Grundfarbe haben, dann können wir hier eigentlich auch schon anfangen, uns die Augenfarbe zu holen, beziehungsweise die Augen zu malen. Und das machen wir auch einfach, indem wir uns hier die Color schnappen, beziehungsweise Farbe. Und da wir unseren Mirror Modifier noch angewendet haben, müssen wir hier natürlich nur eine Seite malen, wie ihr hier seht. Einfach schön kreisen. Ich schätze, unter euch sind bestimmt ein paar Künstler, die das noch besser können als ich. Oder noch detaillierter hinbekommen. Jetzt machen wir noch diese zwei Flecken hier. Ich weiß gar nicht genau, wie man die nennt. Diese zwei Rötungen hier. Von dem süßen Kätzchen. Und dann natürlich wieder dieselbe Farbe für den Mund nehmen. Da sehe ich gerade, das ist so eine leichte Wölbung drinne. Das versuchen wir jetzt auch mal ganz kurz. Wir müssen halt darauf achten, da wir den Mirror Modifier haben, dass sich das natürlich dann auch in der Mitte trifft. Aber ich habe den, wie gesagt, bewusst drauf gelassen, da wir dann halt nicht jedes Auge einzeln malen müssen, beziehungsweise den Mund einzeln malen müssen. Ich mache das jetzt mal so, habe hier ein bisschen die Opacity runtergestellt. Und dann könnt ihr eigentlich drauf loszeichnen. Mit einem Zeichenpad geht es natürlich noch leichter. Wenn ihr sowas habt, dann verbindet das unbedingt. Das ist viel, viel leichter dann noch. Jetzt fehlen uns natürlich noch die Ohren hier oben. Dazu auch einfach die pinke Farbe hier schnappen von unserem Referenz-Image. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen. Ich mache mal hier den Brush ein bisschen größer. Mal mir das so grob aus. Ungefähr so. Vielleicht noch ein Stückchen größer. Und dann habe ich hier gesehen, sind hier so leichte zwei weiße Striche drinne. Die bringen wir natürlich auch noch als kleines Detail hier rein. Ungefähr so. Ein bisschen größer natürlich. Ungefähr so. Und so. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Sieht schon sehr gut aus. Mehr müssen wir eigentlich wirklich nicht zeichnen hier. Das Letzte, was wir jetzt noch machen, ist natürlich den Mesh noch ein bisschen zu überarbeiten, dass das Ganze hier jetzt auch wie unser Referenz-Image aussieht. Ich sehe zum Beispiel, dass hier auf dem Bild eher so Hamsterbäckchen sind. Die mache ich jetzt hier auch noch ganz schnell. Einfach hier noch so ein bisschen alles in Ausrichtung bringen. Wie gesagt, ihr könnt das jederzeit nachbearbeiten. Ich mache ihn jetzt auch noch mal ein bisschen dicker hier auf der Y-Achse, damit er wirklich auch ein bisschen pummeliger aussieht. Hier hinten vielleicht noch ein bisschen mehr Rundung rein. Das sieht noch ziemlich flach aus am Rücken. Ungefähr so. Den Kopf hier auch noch mal ein Stückchen nach hinten. So ungefähr. So kriegt er eine schöne pummelige Form. Ich schätze mal so. Würde auf jeden Fall die 3D-Version von diesem 2D-Cartoon-Charakter aussehen. So sieht dann halt das Endergebnis aus. Das habt ihr aber schon am Anfang des Videos gesehen. Wirklich sehr, sehr knuffig. Probiert es unbedingt einfach mal aus. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen mitgekommen, trotz doppelter Geschwindigkeit. Wenn nicht, macht das Ganze noch mal über die Wiedergabelgeschwindigkeit auf YouTube ein bisschen langsamer. Ansonsten würde ich mich jetzt bei euch verabschieden. Aber bevor ich das tue, kommen wir natürlich noch zum Blenderender der Woche. Denn den haben wir letzte Woche wirklich einfach vergessen. Deswegen habe ich heute für euch zwei Blenderender der Woche. Einmal von letzter Woche. Das konnte sich der gute Panda ergaunern. Der hat diese wunderschöne Zug- oder Stadtszähne gemacht. Ziemlich cool. Besonders die Gleise und die Züge gefallen mir sehr gut. Diese Woche geht der Blenderender der Woche an den guten Joost wieder. Der hat diese wunderschöne Leuchthurmzähne hier gemacht. Er hatte die auch bei Nacht gepostet. Die Tagszene gefiel mir aber besser. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann drückt mal jetzt den Abo-Button-Knopf. Würde mich mega freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt bei euch. Habt eine schöne Restwoche. Und wir sehen uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Macht es gut, ihr Füchse. Ciao.